Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu... Nun ja... Ich bin gerade vielleicht ein bisschen baff noch. Weil... Neben dem, dass ich hier sozusagen den Scherbenhaufen aufheben muss... Ist... Vorhin erst, ähm... Den Kipp befindest du dich bei meinem Aufnehmen. Ziemlich viel schief gelaufen. Und jetzt geht natürlich auch alles schief wieder gerade. Das ist natürlich jetzt... Sehr uncool. Gebäude ruiniert. Und... Alle... Alle dieses Tipps reparieren. Sehr viel jetzt kaputt gegangen. Wahnsinn. Wir dürfen jetzt mal hier die ganzen... Schauen wir, ob wir was machen können noch. Wir müssen auf jeden Fall wieder schauen, dass wir... Langsam alles abgebaut kriegen. Und vielleicht die neue Mauer auch bald mal zum Stehen bekommen. Welche Construction wurde denn jetzt gefinisht? Weil wir sind in einer sehr prekären Lage. Wir gehen. Außerhalb von Pistolen. Ne, Rohmetall. Die Safety kann ich jetzt nicht mehr... So 100% unterschreiben. Aber... Vielleicht wenigstens... Dass hier draußen noch eine AK liegt. Ähm... Dass wir... Eigentlich versuchen... Schutz... zu liefern. Wiederaufbau von dem Teil mitbringen. Kostet halt auch Schweinegeld. Wahnsinn. Gebäude abreißen ist eine sehr tolle Angelegenheit. Nahrung viel gefunden? Okay. Hier auch schon Nahrung drin. Nahrungsmäßig stehen wir vielleicht ganz gut da. Ich spüre mal ein bisschen vor mit der Zeit jetzt, damit es ein bisschen schnell fahren geht. Nächste Tor steht schon wieder. Das ist schon mal gut. Building clear. Building clear. Building clear. Building clear. Construction ready. Ready for action. Building work done. How are we now with Is there any squads? If we just get there... Keine. Warum hat die vor allem vier Waffen? Stimmt, gut. Die Bürger... Stimmt. Lassen wir mal die Nacht kurz durchlaufen. Das ging jetzt eh flott. Das Gebäude, das Gebäude, das Gebäude, das Gebäude. Und dann die ganzen Kleinen hier im Hintergrund. Hier bringt man alles kurz gut ins Lager. Wir haben uns zwei Ressourcen. Die man arbeiten kann. Okay, und dann geht ihr mal hier hin. Ihr durchsucht die ganzen kleinen Häuser mal. Werden wir Stück für Stück den Rest hier abreißen. Gut. Ich hoffe, dass wir mit den Mauern in Zukunft uns halt auch besser verteidigen können. Ist ja auf jeden Fall schön. Zu wissen, dass wir... ...besser unterwegs sind wie sonst. Wir haben die AKs dabei. Super. Dann wieder vorspielen. Ei, 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 ei. Pensionszeiten schon mal. Alles. Ich glaube, das wird jetzt eh Großteil sozusagen jetzt nur noch mit der Forschung uns noch... ...dass der ganze Forschung uns weiter verbessern. Und ich vermute, dass das Spiel eh grundsätzlich noch weiterentwickeln muss. Dass ja auch hier viel noch Sachen kommt. Was erforschen wir eigentlich gerade? Lebensmittel. Das dauert 300... ...Stunden. Das sind 10 Tage. Doch, das ist alles so lange? Holy shit. Jetzt bräuchte ich mal eine große Forschungsanlage, hm? Lass uns mal mal zur Forschungsanlage hier. Mauerntechnisch muss das langsam auch mal werden. Metall haben wir auf jeden Fall Tonnen wieder auf Lager, schon. Schon mal ein gutes Zeichen. Auto ist ja auch voll sogar mit Waffen. Ich hoffe fürs Erste, dass wir... ...ähm... ...trotzdem gut vorankommen jetzt. Jetzt kriegen wir noch die ganzen Steine. Ich denke, mit dem Metall kommen wir noch gut voran, dass wir sie jetzt auf Lager haben. Bis zum ersten 165 Ding... ...Steine könnte eng werden, wenn wir die Mauern wirklich weiterbauen. Aber ich denke halt auch, die Mauern wird das sein, was einem sonst hier noch... ...so ein bisschen helfen kann. Als nächstes mal machen wir mal nur eine Vorfahrt. Not again. Please not. Große Horden, aber es sind immer nur Probleme. Es war schon immer so. Vor allem sind unsere Mauern nicht ansatzweise fertig. Vielleicht doch erstmal so einen Safe-Bunker bauen müssen dürfen. Tue man jetzt gleich nur die Ressourcen noch ab, oder? Hm, was machen die? Building Adapted. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hat sich die Zeit verringert? Oh ja. Um einiges. Okay, also du brauchst echt viel Forschungsleute einfach auch dann sonst. Echt. Wir ziehen mal hier acht Leute ab. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier. Und dann stellen damit zwei weitere Scups. Kann ich mit dir noch sagen, dass ihr eine Schrotflintruppe werden sollt? Ich hab keine Feindschrotflint mehr. Wo sind meine ganzen Schrotflinten hin? Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich in der Zentrale brauche am Ende. Das ist das nächste Problem. Wir ziehen uns mal hier rein fürs Erste. In der Hoffnung, dass die Nacht ruhig bleibt. In der Hoffnung, dass die Nacht ruhig bleibt. Das ist das gut funktioniert. Fünf Uhr. Oh ne, warte, warte, du kriegst das Auto hier. Dann machst du das mal bitte. Und du guckst uns mal das hier hinten an. Könnte vielleicht interessant sein. Und hier. Schaut mal, ob ihr das Auto abholen könnt. Was? Was habt ihr fertiggestellt? Irgend ein Mauerstück wahrscheinlich, ne? Das ist auch keine aktuelle Kommenhilfe. Finde ich erstaunlich. Wir kriegen... Keine Antworten mehr. So, wie es aktuell ausschaut, will keiner in unser Squad mehr eintreten. Perfekt. Dann schaut dir gleich die drei Gebäude an. Ja, ja, hier ist genug zu tun. Langsam stehen die neuen Mauerl auch, aber... Also wenn sie meinem Auto zugewiesen sind, ist es wurscht. Du kannst einfach onklicken und die fahren mit ihren Autos. Das ist gut zu wissen. Nahrung haben wir viel mittlerweile. Das ist super. Das Ganze. Ja, ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich würde es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.